Ne, das ist mir völlig egal, es war so, es war so klar, dass du, also ich war's einfach so klar. Wer hat denn auf mich geschossen? Ach, die Nächsten will ich beschuldigen, knall ich aber direkt ab. Ja gerne, okay, mach das. Lass mich jetzt raus. Aber wer hat denn auf mich geschossen? Ich weiß nicht, keine Ahnung wer auf dich geschossen hat. Nefi, warst du das? Was gewinnt wohl? Was denn? Hattest du auf mich geschossen am Anfang direkt? Ne. Julia? Ja. Wo warst du? Ich war rechts, äh links von dir. Wo hast du dich denn versteckt? Ich bin dann sofort weggelaufen. Hast du aber Craps ganz schön am Pranger gelassen. Echt? Ach Nefi, wo bist du? Aber wenn du von rechts beschossst... Ich war ja nicht mal andersweise in der Nähe von Julia. Doch erstens du warst in der Nähe, zweitens ich hätte auch nicht... Ich war oben, ich war gar... Es gibt zwei Etagen, sie war komplett oben, ich war komplett unten. Ja das sehe ich ja nicht, ob du unten bist. Ich sehe nur einfach, dass du aus der Tür kommst, wo grad das Treppenhaus war. Ist aber doch jetzt egal. Ich hätte auch gar nicht drauf dich geschossen. Aber dann hast du doch auf mich geschossen. Also beschwer dich doch nicht darüber. Und am Ende haben wir alle auf dem anderen geschossen. Ich hab ja gar nicht geschossen. Ich wollte grad sagen, am Ende war es zu viel großes Gewetzel. Habt euch schon neben mir! Alter! Lebt Goro noch? Was hat Goro wieder gemacht? Pass bloß auf, Fräulein, pass bloß auf! Ich hab ne neue gemacht! Yay! Anne? Pass auf hier! Lass mich doch schießen! Wir haben hier technisch fassbar. Granz, das war ja verdächtig, was du da gemacht hast. Au! Was war das? Au! Nein, es sah so aus, so wie... Wo ist das denn? Ne Melone oder was? Melon Launcher vielleicht? Schiegel, trau dich doch! Melone, Melone, Melone! Du bist... Oh! Ist das der Gang? Ist das hier der Gang? Mit dem Loch? Ja, ja, hier ist die Falle. Bestimmt auf der Seite, wo ich stehe. Bestimmt hier, ey! Au! Wieso? Hier ist keine... Julia hat mich grad auf den Wagen geknallt! Nein! Du hast mich von 80 auf 20 Leben runtergeschossen! Also er ist near death, Julia. Also die Beweise sind... Haben sie Wagen? Und wir haben... Die Beweise sind... Das hätte man doch gehört, wenn ich auf dich geschossen hätte. Julia ist sowieso... Also Grants... Ist das der echte Goro noch? Ah, okay. Das ist Grants. Nein! Jetzt hab ich noch 20 Leben! Du kannst nicht gerne töten, wenn's dein Karma aushält. Also Klappe! Bleib hier stehen! Ist Darlou unsichtbar? Ja. Jetzt ist Abgang. Good Gaming ist fast tot. Ja, ich hab vorhin ja über... Ja, ich hab bloß Meloner bekommen. Ach, was ist das denn für ein... Ach, du heiliger... Ach! Was ist das denn für ein Raum? Das ist jetzt die Weed Farm. Hast du jetzt gesagt, ach du heilige Melone? Hast du jetzt gesagt, ach du heilige Melone? Ich zieh den immer auf... Ich zieh den immer auf... Wer war es denn? Ernsthaft, das war wirklich... Wirklich, es war der Kuchen. Glaubst du mir? Es war der Kuchen. Es hat gesagt, man zieht den Kuchen 60 Lebenspunkte ab. Was ist das denn für ein Kuchen? Was ist das denn für ein Kuchen? Wie viele Kalorien kannst du ein Scheiße sein? Bist du vielleicht irgendwie allergisch? Ach, oder was? Jetzt... Oh no! Oh, die Falle! Ich möchte nicht durch den Prop sterben hier die Runde. Oha! Oha! Ich glaub, McFly ist durch den Prop gestorben? Nee, ich glaub, da hat er noch geflogen. Da kam er mit dem Prop. Good Gaming hat ein Explosionsfach in der Tür eingeklemmt und ist draufgegangen. Oh no! Oder hast du's vielleicht nachgeholfen? Oh! So hört sich das so gelogen an. Das kann natürlich auch sein, aber hab ich tatsächlich nicht gemacht. Also diese Couch hier ist beleuchtet. Oh, ich häng an der Melone fest. So, Juja, die explodiert. Ist ne schöne Melone so den Weg. Die stehen Kameras drumherum. Das ist die Casting Couch, Juja. Casting Couch. Kennst du nicht die Casting Couch? Shigo! Hinter uns! Hab sie! Was? Shigo? Sie ist noch ein Deadwinger, glaub ich. Nein, ist sie nicht. Sie ist tot. Woher weißt du das? Weil ich als Shigo rumlaufe. Ja, ich hab grad auf Scoreboard geschaut und hab nur gesehen, dass jemand kam. Das geile war, Shigo war es ja nicht. Aber ich bin, ich hatte ihre Identität geklaut und sie noch lebendig war. Und sie hat auf mich geschossen. Toll. Der Detective sagt Shigo. Ich schieß Shigo ab und sie ist Inno. Danke. Ja. Das ist Dalu. Das ist Dalu. Das ist der böse Traitor, Mann. Hey! Jetzt hör mal auf, Anne! Oha. Anne und Dalu sind es, wa? Wer? Anne und Dalu. Woah! Woah! Sein Sack! Ah! Okay, knapp. Julia auch noch? Wo ist der Dalu, Mann hin? Dalu, Mann? Ein Fly. Was habt ihr gemacht? Ja, Kollegen, guckt euch mal, Mann. Mein Leben, Mann. Ich hab doch nichts. Halt ihn doch. Das Milieu ist so unübersichtlich. Ich find's nicht mehr. Wo ist das hin? Mikrofon aktiviert. Hin. Wenn Anna wehten darf, darf die von Innos auch wehen. Hier? Oben. Geht doch. Mahlzeit. Woah! Ah ne, das war auch für mich, als ich den Typen, der gerade gut Gaming wurde, abgeschossen hab, dass du dann auf mich schießt Ja, das war auch, ich hab gar nicht gesehen, dass der da überhaupt da war, ich wollte einfach nur so von hinten auf dich schießen Wir haben jetzt aber auch wieder eine lehrreiche Lektion gelernt, auf keinen Fall irgendwie ein explosives Fass in die Tür stellen Ne, ich wollte grad sagen, das war sogar echt merkwürdig Weil du auf mich geschossen bist Ja, weil irgendwie auf einmal hat alles auf mich geschossen Julia verhält sich immer, Julia verhält sich immer auffällig irgendwie, sie verfolgt einen die ganze Zeit und da steht eine die ganze Zeit hinter einem und denkst du ja Man kann Shigo zwar die Identität klauen, aber die ballert direkt los, wenn sie sich liebt Ja, ja, deswegen, hast du letztens aus dem Casino gemacht direkt Aber dann, dadurch, dass Shigo dann rumgeballert hat, haben auf einmal alle auf Shigo geschossen Das ist hier auf der Neb eh so faszinierend Na Gott Ey, was ist denn hier los ey Wer bin ich eigentlich? Oh, die USP, meinst du die als neue Waffe? Äh, ja Und ne MP7 Ja, die hat die auch schon Hey, Nefi Du hast doch Detective Julia, oder? Was hast du da? Jetzt schon Die USP Nefi hat ne Traitorwaffe, Julia Ja Was machst du da, Krabs? Die ist neu, die hat nur der Traitor, Nefi Wieso? Ach ne, du hast nicht Wenn wenn du Krabs nicht verstecken willst, dann, oh Gott, ich hoffe gar nicht sagen Hinten, fangen Oh, ein Bane Krabs ist mir Ich wollte gerade dieses Ding hier durch die Gegend schließen Au 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 Julia Hallo Ich bin schon nie getrocknet Ach, an der Heizung Was darf man sagen, Julia? Ob man Krabs ist es sagen darf, wenn man Krabs ist es Das musst du selber wissen Au, Goro Goro bei ist es, Leute Goro Goro Ich meine ich hab G Nefiast ist tot, Goro ist der Killer Ich bin fast tot, er hat ne abgesegte Er ist tot, aber ich warte noch, ob er explodiert, Tür zu Ey, Anrempung gilt nicht Identifizieren dann halt Kann ich noch nicht Er ist nun mal sicher gehen Ja, jetzt müssen die Granate ja Ich hab auf Bohr geschossen Ja, ist doch kein Problem für mich Muss ich... Anne ist übrigens die andere Weil das... Anne ist doch Detektiv Anja, dann... Ich finde, es ist identifizier ihn, weißt du Ich sag, er ist Traitor Ich klein ab... Ja, aber das war doch jetzt schon ne Zeit her Ja, aber auch Ich hätte ihn auch nicht identifizieren müssen Und ich wusste, dass er Traitor ist Ruf mal den Detektiv bitte zu der anderen Ne, hab ich verbrannt Scheiße, ich hab mich eingesperrt Hab ich verbrannt Miep miep Oh, wir sind immer noch hier Edadadadadadadadadadadadadada Dat Das war cool Gummen úde Ah, da hinten teams Ich hab Angst Ach, ich dachte gerade, hier sind zwei Detectives die gleichen Namen. Ja, wans. Da schießt mich niemand, da schießt mich niemand, da schießt mich niemand. Was macht ihr denn da? Wo ist denn der ganze Käse hin? Oh, what the fuck. Hallo? Bom. Shigo? Shigo war das. Och, sie war es wirklich. Ich habe nur geraten. Shigo ist doch... Aber ich wollte doch... Da bestimmt auch wieder mitten im Satz. Wahrscheinlich war es wieder eine Märtyrer-Granate. Hallo? Warum verbarrikadiert ihr denn hier die Gänge? Na? Mir war Mist. Ihr seid hier weg. Leichen hier überall. Ich bin weg. Ah. Ah, da kippt einer an der Wand. Ah, was macht er? Und Gaming ist der letzte Juli... Oh Gott. Sehr geiler Kill. Der muss immer gut gewesen sein. Ich muss mal kurz reconnecten auf den TS. Der war 180 Grad instant gedreht, ey. Scheiße. Deswegen war ich auch so verdächtig für dich. Hättest du mal lieber die Taube geworfen, wie sie hattest. Ich wollte eigentlich auf Krebs dann in den Raum werfen, aber auf einen zu werfen, wäre auch zu doof. Okay, die Technikers rund. Last round, Leute. Sorry, Goro. Also bei mir sagst du rechtzeitig, aber TS ist als versetzt. Ja, ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Aber was ist denn die gleiche? Ja, Moment, aber auch ist rechtzeitig zu sagen, macht ja keinen Sinn. Dann müsstest du dir in deiner Aufnahme sicher sein. Bisschen mal, in deiner Aufnahme müsstest es ja stimmen. Ja, tut es auch. Und wenn nicht, merken wir das? Wir gucken das alle nach. Nach einigen Stunden fängt mein TS an hinterherzwingen. Das heißt, ich sage etwas und dann... Was ist, wenn das nicht stimmt? Ich guck nach. Oh, Goro hat mich angerempelt. Freit zum Abschluss. Nein, Goro. Was? Okay. Nein. Goro ist es auf jeden Fall. Goro. Nein. Hier hinter mir wurde Goro wirklich abgekriegt. Oh, nein, nein, nein. Ihr könnt... Halt, Nephi, bitte warte auf den Detektiv. Nils ist doch auch noch hier. Das ist doch... Detektiv, bitte, ich fall jetzt hierher. Halt die Klappe, ich knall dich ab, geh da weg. Anne, 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 Anne. Doch, du gehst da jetzt weg. Identifizier, identifizier. Oh. Sehr gut. Oh, Grenz. Es war doch klar, ey. Schwedisch. Oh, yeah. So, wer bleibt denn jetzt noch übrig? Du nicht. Ja, Julia oder Craps. Oder Schick. Klasse, nicht. Aber, okay, Dalu müsste, denke ich, schon mal frei sein, weil die haben es nicht angekündigt. Ohne dürfen wir nicht mehr spielen. Ich bin auch Detektiv. Es gibt nichts zum Ankündigen. Ach, das stimmt. Kannst du mich heilen, Dalu? Ich habe ein paar Tage gekillt. Ja, ich habe leider keine Craps. Ist schon vorbei. War wirklich die letzte Runde? Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschau. 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 Tschau.